Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Blair Witch. Heute sind wir, wie in der letzten Folge, nachts im Wald mit unserem Hund Bullet. Aber im letzten Part haben wir diese Notiz gefunden und die lese ich jetzt mal kurz. Sitzung Nummer 76. Der Patient ist in einem schrecklichen Zustand. Sein Sprachmuster hat sich von einer früheren Stufe zurückentwickelt. Vielleicht auf das Kindesalter jener Tag. Er gibt zu, dass der Wald nach ihm ruft. Ihm zufolge handelt es sich dabei um eine Frauenstimme. Ich ermutige den Patienten dazu, wieder zu den Verhältnistechniken zurückzukennen, an denen wir in den letzten Jahren gearbeitet haben. Okay, das ist ein bisschen komisch. Hey, bin ich gerade lost? Da. Hier. So, all right. Jetzt such. Ich kann hier doch schon wieder woanders hin. Ne, egal. Soweit ich hier runtergehe, kann ich hier nichts mehr finden. Ich wollte da nicht runter. Egal. Da bist du. Good boy. Good boy. Das ist ein sehr guter Hund. Okay. Ging you a bullet. Still on track, buddy? No. No signal. Great. We will go ahead. We will go ahead. Go ahead. Gott damn it, Alice. Ich habe versucht, dich wieder an einem Zeitpunkt zu erreichen. Du hast einen Mann und jetzt einen du. Das ist nur was ich mache, ist zu retten nach demjenigen, die in die Weltkriegeflüge sein. Wo sind wir denn? Wir gehen nach einer Ravine und gehen nach Nord, nach einem alten Campsite. Warte, was? Wir gingen durch die Nähe. Wir haben keine Campsite. Du hast auch nicht Peter's Cap gefunden. Listen, wir sind noch auf der Straße. Wir gehen nach Nord. Für Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down until we find you. Emmett, find the Campsite and head nach Nord. Ich schaue ein Landmark, etwas für dich in die richtige Richtung. Ellis... Ich werde dich posten. Jetzt vorbei. Hier! Dieser Wald ist un... Okay... Ich kann Geräusche hören. Ist das abartig. Alter, dieser Herzschlag. Das ist so ekelhaft. Das Spiel ist so atmosphärisch. Ich weiß, was? Das ist so weiter. Ich weiß, was. Ich weiß, was. Ich weiß, was. Ich weiß, was. Arthur. Moment. Moment. Das möchte ich jetzt nochmal nachgucken. Er stand gegen eine Wand. Gut, das ist jetzt das Falsche. Hier stehen alle gegen Wände. Die wissen, wie man die Blair Witch eigentlich aufhalten kann. Oder zumindest nicht von ihr getötet zu werden. Einfach mal im Gesicht zur Wand stehen. Ich hab... Ich weiß, ich soll Bullet folgen. Ich will mich aber auch hier umsehen, weil hier kann halt überall was versteckt sein. Okay, komm Bullet, wir gehen. What the fuck? What the fuck? Ich seh nichts. It's just a tree, ja. Ja, aber irgendwo hat er recht. Er steht vor einem großen Baum im Wald. Wow. So, ist hier eine Wand. Kann ich da weiter? Nein. Ist das Sand? Also, wie es sich anhört, ist das Sand, ja. Kann ich da hoch? Okay, dann vertraue ich euch mal, dass da nichts ist. Ah, nein. Ich weiß, was ich sehe, Lanning. All right, all right. Es ist... Ja, wir werden schauen, dass das Campsite und die Trenchen oder was auch immer sie sind. Over und out. Das ist so böse. Bullets sagt, wir sollen nach rechts gehen. Aber die Entwickler wollen, dass wir nach da unten gehen. Boah, das ist so böse. Das ist so gottverdannend böse. Ein Schloss? Guess we're not going to find out. Huh. Es gibt hier keine Hinweise. Okay, Bullet. Oh, scheisse, das könnte ich kurz. Als Auto. Oh, er hat was gefunden. Really? Come on, Bullet, you can do better than that. Yeah, Groove. Go on, see if you can find something else. Arrah boy, go get it! Ja, gut. Zum Glück ist mein Englisch gut genug, dass ich so hundertprozentig verstehe, was da wirklich ist. Hä? Was hast du, Junge? Oh! Das ist viel besser. Mal sehen. Warte, ist das? Das ist Peter. Okay. Das ist ein... Ball. Er hat einen Ball fallen gelassen. Okay. Und es scheint, als wären sie zum Bunker gegangen. Alice, du bist sehr. Peter hat nicht weggeflogen. Er wurde gebrannt. Ich habe ein Tape gefunden. Es zeigt, der Mann, der es getan hat. Was? Wie... Warte, ein Tape? Im Mitte der Wurz? Alice, sind Sie ernsthaft? Ja, die Tape, sie machen Dinge hier, aber... Es gibt keine Zeit, wir müssen den Mannen finden. Der Mannen ist in sehr, sehr gefährlich. Alice, sogar... sogar wenn das wahr ist, ich kann nicht, dass du alleine gehen kannst. Hier ist der Baum von vorhin. Wo sind die Gräben? Da. Das Video wurde hier irgendwo aufgenommen. Das ist ekelhaft. Hör auf damit. Hör auf, solche Geräusche direkt auf meinem Ort zu machen. Das sieht aus wie ein Gesicht. Du... Böses, kugeltes Blatt. Komm her, Boyd. Keine Ahnung, such. Du kannst etwas finden, buddy. Nichts da, oder? Moment, was? Nachts ich... Jo, warum sind da so... Blech. Ughh... Äh... Habt überhaupt nicht. Jangan... Pff... scaling von... Fing... 吹き... Wait here, buddy. Das ist ein beschissenes Schloss. Wie packe ich das Ding wieder weg? So. Die Brotkrumm. Das wurde genau da vorne aufgehoben. Was hat das mit dem Auto und dem Baum zu tun? Okay. Ich würde die gerne wieder weg tun. So. Okay. Kein Signal. Ja, moin. Das ist irgendwie lustig. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 I'm at the tree in the forest. Yes, I am. Oh, wir haben noch 10 Sekunden, dann ist die Kamera fertig mit Aufnehmen. Das heißt, wir beenden die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wenn ja. Ach, scheiße. Seit wann gehen die Aufnahmen an der Kamera länger als 25 Minuten? Egal. Auf jeden Fall, das war es mit der heutigen Folge Blair Witch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir Likes da, weil das Game ist heute an dem Tag, wo ich das aufnehme, rausgekommen. Und es ist geil. Naja, auf jeden Fall, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.